hallo youtube freunde ich grüße euch alle erst mal ein guter und ein dribble piece ich war wieder einkaufen als erstes bulgur salat kann man gut hinterschaufeln zehn von zehn hinterschaufeln punkte als nächstes hier liegt es zwei belegte kieselbrötchen kann man gut hinterschaufeln zehn von zehn hinterschaufeln als nächstes wasser mit geschmack hier ist kirche kann man gut hinterschutten zehn von zehn hinterschutten punkte als nächstes wasser mit geschmack für sich kann man gut hinterschütten zehn von zehn hinterschaufeln punkte als nächstes vegetarische mühlensalami kann man gut hinterschaufeln zehn von zehn hinterschaufeln punkte als nächstes beefy hot kann man gut hinterschaufeln zehn von zehn hinterschaufeln punkte vielen dank leute lasse mit abo tag kommentar unten like und teil nicht vergessen tschüss